hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge nether heute mal mit professioneller unterstützung damit ich nicht immer den löffel abgebe so wie er in meiner videos hat ja da hört er schon lachen der liebe let's go mit seine mit seinen konsorten wollte schon sagen nein mit seinen ja kleinmitgliedern die unterstützen mich und ich unterstütze die okay ich unterstütze nicht wahrscheinlich aber ja wir werden auf jeden fall ein bisschen action machen sagt mal hallo leute moin moin hallo genau und wir machen tim jetzt zum mörder zum banditen und was in käsegebäude unten im süden ist jemand was so ok genau ja wir machen das jetzt am besten also bastopark kennst du ja da ist ja so ein käse also dieses löchrige haus da sagen wir mal käse dazu und da ist wer drin das wird aber das jetzt erst einfach mal treffen und was haben wir vor also wir haben einen lootjob am bastopark lakeside ist down und wir wollen jetzt beides so ein bisschen besnipen und der tim ist mr rambo der läuft dann unten rum weil er jetzt keine sniper hat ich bin ja gerade bitte leise sein ich meine ich hätte hier jemanden gehört das ist schwierig ich habe was angelockt ja es wird auf mich geschossen glaube ich ok wo bist du denn da ok und irgendwo schießt der auf mich what ich bin auf dem weg ich bin auch gleich bei dir ich lass mal alle da treffen wo niklas ist what the fuck von wo schießen die denn auf mich ich höre schüsse ich höre schüsse wo bist du niklas da ja das kann doch das kann doch nur der spot neben lakeside sein und käse ich bin hinter dieser scheine nicht dass ich gleich erschreckt ja ich hab dich schon gesehen passt ja lass mal hier so querfett einlaufen ja oder das sind zwei typen die aufeinander schießen da geht es gar nicht durch jetzt auch nicht ja doch hier geht es durch boah voller lag taschen sind schon voller voll in den müll schmeißen wir den ganzen schrott ok hier müssen wir jetzt aufpassen komm mal zu uns tim ja warte aber lauf über basso park am besten also nicht da im käse vorbei ich komme mal von hinten niklas ich komme mal schnell da schüsse ja da schießt da ja das ist käse basso glaube ich ja ich kann mich kaum erkennen hier auf der karte ach scheiße hier sollten wir auch nicht lang hier ist doch alles scheiße ich hab gleich an hunger ich hab kaum noch essen du schießt ja das ist er das ist er lauf nicht da lang lauf nicht da lang ich sehe einen seid ihr im ok das seid ihr das seid ihr oh gott wie viele das sind ich brauche hilfe komm mal zu uns tim ich bin auf weg wo ich bin tot nein der baustiert wo ist der neben rechts im käse lauf zurück wo rennst du hin alter das denn da kommst du mir zurück da ist er fick dich doch er soll ich das sagen absolut legitim damit noch einen tanken von euch weg wo ist er ich lauf dahin in dem gebäude wo wir gerade drin waren wo ich drin war es jetzt im park irgendwie ja der steht davor mit was hat er denn erledigt man ich bin tot ach alter wow er hat mich gesniped ich habe ihn nicht gesehen ich habe genau dahin geguckt wo er war der war da nicht jetzt kommt der timi jetzt kommt der timi natürlich der kann gar nicht wissen dass ich da bin mich verarscht er ist auf einmal hinter mir direkt reingekommen hat mich direkt abgeballert ja und dann habe ich mit einer sniper in der ecke gehockt in dem haus und plötzlich war der neben mir ich habe in den lake sein gepult und ich werde jetzt sterben er lauf mal da so hin ja genau da so nach mehr nach rechts rechts ich habe noch 100 leben ich habe noch 100 leben ich habe einen golem vor mir scheiße als ob der kann uns nicht alle gleichzeitig töten war das immer der gleiche ja ja ich habe was gepult ich habe genau dahin gesprungen wo er hingesprungen ist der war da nicht mehr kam mir auch fast so vor als wäre er in ganz vielen stellen auf einmal der ist direkt rein ins gebäude und hat mich gekillt sofort instant ich habe noch ein bisschen geschossen aber oh man scheiße und da hockt jetzt im park rum der sack ne das ja bei den gebäuden da so ein bisschen ja warte ich komme zu dir zum vielleicht kriege ich noch was von meinem loot er hat irgendwas geschossen gerade ja ja die sind da ja man wer ballert ist das einer von euch naja ist nicht weit weg von mir alter was pull ich denn hier alles oh gott kommst du von da was ah und ich bin tot ok jetzt siehst du mich auch mal mit dem küchenmesser tim yeah premiere oh man ja ich habe auch behindert geschossen der hat mich so überfordert einfach ja ich hatte hier meine sniper rausgenommen und habe dahin gesnipet wo er war und plötzlich war ich tot hier wo bist du tim komm mal her komm mal zu mir weil der hat genau gewusst wie ich war hier ich bin hinter dir ich habe den nämlich da russisch ich sehe dich ich sehe dich ich habe die verbuggten worren immer wenn ich einen schritt mache ja alles was du jetzt siehst fort gib ihm hm bin auch gleich bei euch ja versuch noch was zu holen und die zu legen da läuft ein oh hier ist ein spieler mit einer kb12 gestorben das ist gut ja der hat nein der hat eine waffe und so ich kann ihn irgendwo irgendwo wo war das denn das war noch viel weiter hinten boah bist du schnell ich habe gar nichts geskillt ich weiß ich lasse dich ein paar meter vorlaufen da wo du bist jetzt das denn da war das ungefähr ja ich habe ja ich habe jetzt leider keine rücksicht drauf macht nichts macht nichts ja irgendein blöder watcher da hat er nichts drauf außer watchen so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt ja was war das denn auch ich habe da hinge... ich habe den da rumspringen oh oh der hat ein snipe der ist noch im park glaube ich ich habe noch nur 62 hp scheiße ok mein loot ist weg war das hier ja das war hier also mein loot ist komplett weg ich glaube komplett ist komplett weg mein loot komplett boah was ist denn bitter wer schießt da so ich wo bist du gestorben Dustin wo war das ja bei dir in der nähe ja denn du warst draußen da was hinten sehe ich glaube ich irgendwas ja ich bin gleich bei euch was ist da hinten wieso läufst du denn so ultra weit von mir weg da hüpft da einer im park hat der was da schießt einer ja ja aber warum läufst du so ultra weit von mir weg oooh ich habe auf ihn gezielt aber ich meine diese scheiß warren hat so eine kack zielvorrichtung ja wenn der eine sniper hat brauchst du nicht mit der warren auf den drauf oh ich habe mich mit der warren schon mal richtig geil geballert oh einer ist gestorben von dem ja der ist gestorben der ft der ist mitten im park gestorben irgendjemand hat ihn getötet ich würde sagen ich würde davon mal lügen und sagen ich war das aber ich bin gestorben au wo ist der gestorben ungefähr im park mitten im park glaube ich am baum ah ja da hinten da schießt aber einer ja ich mitten vor dem safe schön bambi action mit ihrer rucksack schieß mal ein bisschen nedlas lenkt ihn mal ab wer ist das ah fick dich man ja der ist im käse im käse ist der mann ich wurde gemissert ey in der base der ist im käse ist der drin ich habe keine leben mehr spawnen dir der safe zone oder world ja ja safe zone ah da habe ich gerade versucht zu machen ah das bist du ok ja warum macht dir denn keiner safe die scheiße hier ach wen interessiert's alle die versuchen zu reparieren werden geschlachtet ja das ist wahr leider also warum nicht na wer ist das vor mir da ich bin unten im käse grüner rucksack grüner rucksack ist vor mir ja lenkt den mal ab niklas dann kann ich looten warte noch nicht ich sag dir wann ich hab noch 300 leben ja und? dann hüpfe halt so rum oder so das denn komme ins käse nein was willst du denn machen ja den töten ja hab ne waffe ja dann lauf jetzt hoch und kill ihn ja eher so vorlaufen damit der ja dann das denn lauf mal zum niklas ich bin im park ja das denn komme ins käse ok ne 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 ablenken ja ich werd schon wieder beschossen naja ah nicht von hier aus mit ner rat ne er hat dieselbe idee gehabt denk ich mal ne ne lauf jetzt einfach mal hoch alter wie viel kohle ich jetzt grad verliere ach mach dir nichts raus dann lass mich auf 11.000 runter ey mach dir nichts raus ich hab mal 432 ich geb dir ja noch n dollar mit dem ritter davor boah pisser ey einen hab ich ah da schießt einer ich mach jetzt kamikare zu hier im park ist einer naja der will sich ah ich werde da das ist der glaube ich das ist der das sind zwei das sind zwei wo bist du niklas ich hab deine pipe sniper leider nicht warum Dustin nein ich bin wieder tot die sind im park beide gesamte scheiße ey Nein, ich bin da hinten gespawnd. Nein, wo wir da waren. Du darfst dich nicht trennen, wenn wir in Timo laufen. Weißt du, tausend Meter weg? Wenn der mich gekillt hätte, wärst du bei mir gewillt, als du ihn killen können. Verstehst du, wie ich mein? Ja. Aber du bist ja noch nicht so lange dabei, deswegen ist es schon okay. Ja, lohnt es sich noch im Park zu rennen, oder eher nicht? Ich hab ne Pistole mit zwei Schuss. Ich bin ja ganz falsch, sehe ich gerade. Bitteschön. Ja. Ja, ganz andere Seite. Wir sollten mal diesen einen Punkt eingehen, wo es die Waffen gab und so. Aber das war ja im Wavestand, mein ich. Ja, wenn ich mich jetzt ausrüsten könnte, würde ich mir ne Knarre holen, aber geht ja nicht. Irgendeiner repariert die Safe die ganze Zeit. Oh, Golem. Ich zieh den Golem einfach zu den... im Park rein. Was soll's, oder? Hab mich zu verlegen. Ja, ist jetzt eh vorbei. Ist da noch einer drin im Park? Ich seh... 11.000 runter. Seh's auch nicht. Hier ist ein Haufen Loot. Ja, nimm ihn. Bist du am Baum? Scheiße, ey. Warum hebt er das nicht auf, was ich nehm? Der Park ist leer. Ja, genau. Jetzt läuft direkt ein Crawler auf mich drauf. Muss mich verarschen. Und noch ein Watcher. Sind die da noch? Ich lauf einfach quer durch den Park. Mit nem Golem im Arsch. Ja, warte. Ich geh mal in die Safe Zone, weil die wird repariert und ich mir die XP ab... Äh... Hast du gerade auf den Golem geschossen? Ja. Ich vergaß. Hab ich die XP bekommen? Safe Zone secured? Große? Ja. Ja, dann... Lass mal da treffen. Ich bin schon drin, aber ich hab die XP glaube ich nicht gekriegt. Ganz knapp. Ne. Oder? Ich sammle wahnsinnigerweise gerade ein. Vielleicht schon. 1338 Dollar eingesammelt. Alles geil. Die sind aber noch drauf. Aber ich weiss nicht wo die sind. Wo bist du überhaupt, Tim? Ich bin im Park. Ich bin im Park. Er ist da wo FT gestorben ist. Er hat das Loot von ihm. Ah gut, einen Loot hatten die aber nicht, ne? Also... Die haben ja den... den meisten Teil aufgenommen wahrscheinlich. Ja. Ich muss aber wieder weg. Uaaaahhhh. Ehhhhh. Ist hier ein Lootrop gerade? Ja. Ah, ja stimmt. Blöd Mann. Heheheh. Ist gerade was runtergefallen. Ja der kann mich niemals gesniped haben von da. Keine Ahnung. Der FT läuft jetzt wieder in ein Park. Ja, ich war so überfordert, dass er auf einmal aus so einer Ritze kam, der da raus. Keine Ahnung. Tim, pass auf, jemand läuft zu dir. Ja, ich hör's. Ich wurde beschossen vom Sniper. Ach, du wirst beschossen? Wo bist du denn? Im Park noch. Ich renne zur Basis. Von rechts werde ich beschossen. Die sind wahrscheinlich im Case, Sascha. Ja, komm mit. Ich hab TFC. Lass die holen. Ja, ich hol mir schnell Metz. Die haben getroffen, aber ich hab keinen Schaden genommen. Aha, ich hab den Etzer-Ace. Penalty. Hast du noch Warren Money, Sascha? Nein, gar nicht. Ich bin im Gebäude und auf mich wird geschossen. Ja, auf dich wird immer geschossen. Wenn du mit uns spielst. So, Niklas, mach jetzt mal hin, sonst sind die nie weg. Ja, ich bin dabei. Ja, komm. Komm mal zu uns, Tim, schnell. Komm mal schnell zum Händler. Soll ich mir auch noch Waffen mitnehmen? Ja, lass hochrushen, einfach. Du läufst da übelst kritisch grad, Tim. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich find so nah an der Mauer ran. Ich find so nah an der Mauer ran. Schau aufs Haus. Wenn du da einen siehst, der da steht, dann hüpf rum die ganze Zeit. Was soll ich mit der Pistole oder mit einer... Soll ich mir eine Mach nehmen? Ist mir scheißegal, komm jetzt einfach. Ist mir wurscht, was du nimmst. Ich bin auf jeden Fall safe. Ja, ja, hier bist du. Bleib da, Tim. Ja, die sind hier drin. Schau, in dem Gebäude. Das da, das Käse da, wo ich hingucke. Ja, und dann machen wir einen geiles Backup jetzt. Brauchst du noch eine Melee irgendwas? Nö, ne? Ne, ne, hier drin sind die, schau. Schmeiß jetzt mal was raus. Wo? Hier, da, in dem wo ich hingucke, das da. Oh nein, so nah war ich bei denen. Da war ein Granaten. Boah, Niklas, kommst du jetzt einfach mal? Ja. Granaten bringen grad gar nichts. Wer ist die hoch, dann sterben die alle. Smoke. Ja. Okay, wir laufen jetzt einfach voll drauf. Auch wenn einer stirbt oder so, wir geben den jetzt. Alles, was du siehst, Tim, voll drauf. Okay, außer euch natürlich, ne? Was hast du für eine Waffe? TFC, der Tim hat auch eine TFC. Ja. Voll drauf einfach. Okay, warte, seid ihr alle bereit? Ja. Da ist ein Bambi, wer ist das hinter uns? Das sich direkt wieder ganz ausgerüstet, Sascha. Ja, ja. Ja, ich wusste nicht, dass wir hochgehen. Scheiß drauf. Okay, lass uns auf. Okay, die sind wahrscheinlich ganz oben, aber die können auch an Flur weiter unten sein. Warte, läuft der uns hinterher, der andere? Ja, doch, der Bambi kommt. Ja, der Bambi kommt. Schieß ihn tot. Das muss ich auch aufnehmen. Ja, der kommt zu euch. Ihr macht Sound, ne? Wenn ihr den jetzt töte, dann wisst ihr, dass wir hier sind. Oh. Er hat eine Menge grüne Rucksäcke dabei. Ja, super, das war aber dumm eigentlich, weil es wissen die, dass wir... Aber die glauben nicht, dass ihr so trottelt seid und ballert. Achtung! Die kommen hoch. Unten, 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 unten. Ah, das ist TFT, FT ist das. Ja, lauf mir doch nicht so in Schuss, Alter. Oh, Niklas. Das bin ich. Willst du mich verarschen? Wieso triff ich den nicht? Ich hab aber auch geballert, wie verrückt. Alter, was ist mit dir... Hab ihn. Nice, warte, ich komm wieder. Du bist ja nicht gestorben, ich hab voll oft auf den drauf geschossen. Ja, ich auch. Und ich hab auf Niklas geschossen. Ja, du hast mich nicht getroffen. Gott sei Dank. Ja, warte, ich bin sofort wieder da. Lass mein Loot einfach liegen. Nix anfassen. Auch das Geld nicht. Deck mal, dass keiner hochkommt. Deck, dass keiner hochkommt. Wieso stirbt der denn nicht? Boah, Alter. Ich hab fünfmal... Der stand direkt vor mir auf den drauf geschossen. Der stirbt nicht. Ja, ich auch. Ich hab ein ganzes Magazin auf den geschossen, aber... TFC, ey. Volle Pulle. Gas gegeben hab ich. Ja, ich auch. Ja, lass mein Loot liegen, der nicht das Geld anfassen. Das ist ganz viel. Das machen sie. Ja, der ist voll spät erst gestorben. Ja, Alter. Du bist mir voll in Schuss gelaufen. Volleres Rohr. Du bist direkt vor... Du hast nicht vor mich laufen, Niklas. Bin ich nicht. Doch. Das war 3-2. Ja, nein. Das warst du. Hey, ich war hinter der Wand hier. Ja, ja, der war hinten bei mir. Keine Ahnung. Okay, jetzt deck mal, dass keiner hochkommt. Bitte. Ich komm auch mal. Boah, Arschgesicht, ey. Bist du das da? Irgendjemand? Bist du das mal mit dem Netherhelm, der gerade zu uns kommt? Also ich hab keinen Netherhelm auf. Äh, ja, einer kommt wieder zu uns. Der hat ne Waffe, der hat ne Waffe. Alter, wo hat er den? Ey, das ist FT. FT ist das. Ich hab keine Shotgunschuss mehr in meiner Waffe. Warum? FT kommt jetzt wieder zu uns. Vielleicht hat er meine aufgenommen. Meiner war leer. Ja, du bist lustig. Jetzt hab ich keine Ammo. Jetzt muss ich nochmal zurück. Da hüpfen welche rein. Rechts. Ja, Leute, ich kann nicht schießen. Was? Du kannst nicht schießen? Ich hab keine Ammo. Hast du noch Shotgun-Ammo, Tim? Der kommt jetzt hier wahrscheinlich rein. Was? Hast du mich durch die Ammo ab? Ja, Shotgun. Ich hab nur noch 12 Schuss, aber... Ja, ich muss nochmal zurück in die Safe. Hilft nichts. Ich hab nicht mal ne Knarre, ey. Wat'n Scheiß. Ja, ich kann nichts machen. Ja, der FT hat die Waffe gewechselt. Der kommt jetzt. Ja. Wo kommt der hoch? An dem Fenster? An der Seite, da? Ja, schön. Der kommt jetzt. Ja, hier außen ist er nirgendswo. Ich muss mir Ammo holen. Hilft nichts. Ich hab keine Ammo. Ja, der ist außen hinter der Holzmauer, glaub ich. Lauf mal in die Safe. Irgendwie läuft's grad gar nicht bei mir, ey. Ich hab den so... Der wär eigentlich schon vor 5 Sekunden sterben müssen. Warte, auf mich wird geschossen. Wo bist du denn? Ja, ich renn grad hier raus. Ja, tot hätte der... Also der hätte auf jeden Fall... Nein! Lauf, 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 lauf! Das ist der FT. Ja, ich bin drin. Ich verwirre mir grad nicht vor, dass ich gar keine Munition hab. Scheißdorf. Arsch, ey. Kann mir einen Sniper machen, wenigstens? Was ist denn für ein Bug? Ich hab geskillt in Strange und hab aber die Leben nicht davon. Hast du... Wie viel Leben hast du? 250? 1.125. Ach, ich hab gar nichts an Teile. Hacke ich grad irgendwie nicht, aber okay. Kann Kamikaze machen gehen, das war's hier. Ja, lass mal kurz... Draußen nicht... Draußen nicht geschossen. So, warte. Wo ist Shotgun-Ammo? Boah, was? Ähm... Tim? Ja? Hast du ne Waffe? Ne, nix. Ich bin blank. Du hast doch grad noch ne TFC, musst du ne? Ja, gib ich dir jetzt. Ich hab die TFC von dir noch. Okay. Bist du? Oh, was, jetzt hab ich das Falsche geskillt. Ups. Nicht dein Tag heute, ne? Äh... Weiß wir auch nicht. Sollen wir auch gleiten mit dem oder nicht? Äh... Da bist du... Hä, wo ist die TFC hin? Ich hab doch ne TFC aufgenommen. Ich hab keine. Ach, die hab ich gequempt hier. Aber... Ja, wenn ihr noch länger braucht, dann ist das gleich vorbei, gell? Nur so zur Info. Ja, ja. Scheiße. Ah, ja. Da geht einer hoch, grüner. Da gehen zwei grüne die Rampe da hoch. Wart mal kurz. Ich hab ja eine Tolleraste aufgenommen. Ja, das ist wahrscheinlich FT. Hä? Ja. Kaufen mit Pamu Schuss. Bin eh nicht gewohnt, so viel Geld zu haben. Da musst du's direkt wieder ausgeben. Kommt ihr jetzt mal her, oder was sollt ihr da noch tausend Jahre machen? Ja, wer schießt? Ja, die sind da oben drauf. Ja, das ist der. Kannst du stören? Wo bist du, Sascha? Hier, guck doch auf der Karte, da. Hier, da oben sind die. Hier, wo ich hinguck. Da. Okay. Sind gerade zwei Bambis reingelaufen, oder was? Hier läuft doch einer auf dem Gerüst rum. Ja, den mein ich, ja. Ich seh ihn, ja. Wo denn auf dem Gerüst, ey? Da. Direkt neben euch, direkt neben euch. Achso. Ja, das ist FT. Ach, der ist safe. Der wird uns eindeutig hinterherlaufen. Ja, dann. Seid ihr alle da? Hm? Ja. Ja, lass einfach mal rein. Ich hab den machen. Wo ist ein... Wo ist ein Tim? Ich bin hinter dem Tim. Ja, er läuft uns schon hinterher. Der schießt einer? Auf uns wird geschossen. Ja, da ist irgendein Noob, der schießt auf uns. Ich bin safe, verdammt. Sollen wir hochgehen? Ach, der Winten schiebt wieder immer heiß. Der rennt in der safe. Und der andere rennt auch zurück in der safe, glaub ich. Okay. Lass mich hochlaufen. Okay. Vielleicht ist da noch wer. Die sind abgehauen. Nicht, dass da oben jetzt noch einer ist. Naja, ich... Komm mich grad hinterher. Soll ich erstmal gucken, ob der überhaupt noch drauf ist? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der mich erwischt hat, Alter. Ich war so überfordert. Wer geht denn in das Gebäude rein, wo ich drin war jetzt? Ohne Witz. Das geht doch keine Menschen. Hinter euch. Hinter euch ist glaub ich einer. Was? Haben deine hoch? Happy... I'm happy. Ich hab mich jetzt erschrocken, ja. Ja. Du musst dir mal LGG-T vor deinem Namen machen. Aber egal. Achso, okay. Ja. Ja. Lass es wieder in die Safe rein. Ja. Ja. Oh, ich hab mich so erschrocken jetzt. Entschuldigung. Ja, kein Ding. Ja, ich hab keinen Gleiter. Ich schon. Ja komm, wir müssen so runterlaufen. Ich nicht. Guck mal, Tim. Guck mal zu mir. Tschüss. Tschüss. Du jumpst jetzt in der Safe rein. Ah, weg ist er. Habe ich auch letztes Mal gemacht. Bin gestorben. Okay. Oh, da unten ist einer mit einem grünen Rucksack. Der kommt da. Da ist wieder diesen schäbigen Hut auf. Ist der ins Gebäude gelaufen? Nee, der steht an der roten Kanister. Ja, Tim, komm da weg. Nicht so ein Fenster stehen. Nein, ich... Ich geh gerade. Ich geh jetzt runter hier. Da kommt einer hoch zu euch. Ich laufe dir mal hinterher. Ich decke mal von hier. Ich decke mal von hier. Wo sie denn? Bei der TFC kannst du nicht so weit schießen, ey. Doch, doch. Divo kann auf so eine Entfernung one-hitten. Echt? Na gut, dass ich Niklas Gassel trotteln. Wer ballert? Ja, das ist der. Ja, sag ich doch die ganze Zeit, dass er nachkommt. Welcher ist? Ja, ich bin weiter runtergegangen. Ich weiß jetzt nicht genau welche Etage. Aber der kommt, glaube ich, hoch. Ja, der will jetzt erstmal. Der nimmt jetzt erstmal deinen Loot auf. Ja. Wo warst du denn? Ja, ich bin ungefähr drei, vier Etagen runtergegangen. Ja, Tim, komm. Wohin? Ich geh schon hoch. Wo, wo ist das? Ich hab ihn. Hör. Der Nick. Der, der. Oh, ich häng fest. Ich bin bei dir. Ja, ja. Werde ich sehen. Oh, hat sich ein fettes Backpack mitgenommen. So oft, so oft bin ich noch nie gestorben. Das ist meine Anwesenheit entschuldigt. Alter Niklas, wenn du mir das doch, gib mir das sofort wie ich rast aus. Niklas. Ich hab gar nichts mehr. Ist mir scheißegal. Ich brauch keinen Dr. Speck mehr. Ja, komm her. Soll ich eine Waffe mitnehmen? Hier, ein Golem über dir. Golem über dir. Boah. Jetzt trifft er mich auch noch. Hier, komm. Danke. Alter, der Typ, der kommt wieder, der uns, der mich getötet hat, der kommt jetzt wieder. Der, der ist grad auf dem Weg zu euch, glaube ich. Soll, komm, schau auf die Treppe, Tim. Wenn der hochkommt, knall ihn weg. Der kommt 100 pro hoch. Warte, ich kokos. Warte. Aber ihr vertraut mir jetzt ja nicht, dass ich das schaff, ne? Ja, doch, doch. Der kommt rein, der kommt rein. Unten, durch das Fenster, kommt er rein. Okay, komm. Drei, zwei, eins. Spiele! Ja, der ist jetzt in der ersten, ersten Etage unten. Okay, der müsste gleich da sein. Gucke, ob er da kommt. Ja, da kommt jemand. Bambi kommt da. Knall ihn ab. Knall ihn ab, Tim. Tim. Ich hab doch geschossen. Was? Ein Bambi? Der ist weg, der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen. Ich hab aber geballert auf die. Ja, ja. Ach doch, wo? Von wo kam das? Ah, der FT kommt hoch, der hat den gekillt. Komm her, Tim. Ja, der schießt auf mich. Nein, lass mich mal leben, du. Wo ist der? Der ist hier unten. Der ist ganz unten. Aber der ist jetzt wieder safe. Ist das in die Safe? Da kommt einer von hinten. Wer ist das? Ich bin das. Du siehst doch das an den zwei Kästchen. Ja, ja, stimmt. Ja, aber das geht immer so schnell. Der ist da. Der läuft die ganze Zeit rum. Ja, der hat den gekillt, den du grad abgeschossen hast, Tim. Und ich getroffen hab. Du hast ihn getroffen? Hab ihn. Ja, nice. Nice. Ah, sauber. Ja, lass mal in die Safe gehen. Ja, lass mal safe. Wo ist die Waffe von dem? Die will ich. Da unten. Puh. Das ist echt anstrengend mit euch, Leute. Äh, ja. Aber mach Spaß. Macht auf jeden Fall dauer, ne? Das ist ja noch gar nichts. Das geht noch viel schlimmer. Und wie viel Geld hast du ihm geklaut? Äh. Auf jeden Fall ne Menge. Keine Ahnung. 1000 irgendwas. Boah, ich back in der Wand. Ich bin das, Tim. Ich bin das. Ja, ja, ich weiß. Beobachte dich ein bissl. Obwohl, wir könnten ihn jetzt die ganze Zeit killen. Der bringt uns immer 1000 Dollar. Hat er denn ne Mech? Nein, der hatte diese... Ja, ja, hatte er. Ja. Nice. Nice, der Scheiße. So, ich hätte noch ne TFC für irgendjemanden. Tim, brauchst du noch ne TFC? Ach so, das war glaub ich meine. Ach so, deine. Okay, ja, warte. Nee, gib dem... Ach so, das ist deine, ja. Warte hier, Tim. Du stehst da so auf die Waffe. Bitteschön. Stimmt gar nicht, ich steh gar nicht so da drauf. Hahaha. Mit 30 Schuss. Na immerhin, ne. Also... Oben lag noch. Ich zehre dann. Ah, oben lag noch, Monique. Ah ne, das Gebäude. Da renne ich jetzt nicht mehr rein. Die ist auch weg bestimmt. Der Typ ist aber schon irgendwie dämlich, dass er die ganze Zeit kommt. Ist er noch drauf? Ja, der ist noch drauf. Schreibt aber nix, ne? Naja. Na doch, Sad Game, trauriges Spiel. Weil die Typen, ne, die den gekillt haben zuerst, wo der unser ganzes Loot hatte, die sind auch noch drauf. Der geht wieder rein, also der läuft jetzt nur mit nem Messer da rum. Was ist denn mit dem Typ los? Ja, hier ist dieser Reject Cookie, der hat ne Cangun, aufpassen. Uh, das hab ich aber, das hab ich aber Angst. Oh mein Gott. I'm happy. I'm happy geht ab gerade. Er ist happy. Äh... Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der hat sowieso ne Waffe. Der läuft jetzt hier nur mit nem Küchenmesser rum. Er hat nix mehr. Der hat ne Waffe. Ja, der versteckt die, ne? Geh mal da weg, Niklas. Joach, ich bin ja protected. Ach, ist er mal da ohne protected? Jetzt nicht mehr. Hier. Sascha. Und sieht aus. Wo ist der Typ mit der Cangun hin? Ich glaub, der Typ mit der Cangun ist reingerannt, oder? Ja. Der wird sich den Rest looten. Sascha, pass auf, der hat ne Waffe. Na, so, dann haben wir die Waffe mal zeigen. Pass auf, ich komm durch die eine Seite nur. Ich bin hinter dir. Wie er alle jetzt hinlauft. Wo ist der hin? Kommt mit mich gern mal ums Haus rum. Golem? Wo ist der hin? 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 Alter Hexer hier. Der hat uns bald verarscht. Der ist da hoch. Hä? Hä? Egal, ich geh wieder rein. Ich hab Bock zu sterben jetzt. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Komm mit, Tim. Ja, ich komm mit. Ich geh jetzt auch nicht, dass ihr mich wegschießt. Ja, ganz ehrlich, wo ist der hin? Haben wir da einen guten Move drauf gehabt jetzt? Oh! Autsch! Ah, da wird er... Lauf rein, Tim. Da schießt du irgendwo einen auf dem. Ich hüpfe, ich hüpfe. Wo denn? Ich glaub vom Käse, oder? Ja, wahrscheinlich. Na jo, jetzt heißt es, äh... Ja, der hatte gerade einmal kurz geschossen, ne? Ja. Jo, vielleicht hängen wir jetzt noch ein Video dran, äh, der Tim und ich. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du noch hast, weil dann können wir das gleich mit Ultra-Power-Leveln kombinieren. Dann machen wir dich in 10 Minuten auf Level 31, wenn du willst. Ja, in Ordnung. Jo, genau. Dann würd ich sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle, wenn das okay ist, Tim. Ein Traum, passt, ja. Genau, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ja. Bis dann. Tö, tschüss.